Im Jahr 1999, als sich die Welt darauf vorbereitete, ein neues Jahrtausend zu empfangen, trat das Avrasya Hospital im Zentrum von Istanbul, im Stadtteil Setimburnu, unter dem Motto «Nichts ist wichtiger als der Mensch und die Gesundheit» in Betrieb. Der Unterschied des Avrasya Hospitals, das als eines der ersten Privatkliniken projektiert wurde, hebt sich mit seiner ergonomischen Struktur und speziellen Architektur hervor und macht sich mit seinem Grundsatz einen qualitativen Service, der auch über das 21. Jahrhundert hinausgeht, bemerkbar. Der Mensch hat genauso Priorität für Avrasya Hospital wie die Gesundheit. Die Zufriedenheit der Patienten und deren Angehörigen stellt auch das professionelle Team von Avrasya Hospital zufrieden. Mit seiner Haltung hinsichtlich der Patientenrechte erzielt Avrasya Hospital das Standard ISO 9001 und hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft, eine vom Gesundheitsministerium bestätigte Klinik des Qualitätsstandards der Klasse A zu sein. Es ist die erste Privatklinik der Türkei mit einer Zulassung für die Bestrahlungsonkologie. Das Avrasya Hospital setzt seine Investitionen fort, um auf einer breiteren Fläche hochwertigere Dienste zu leisten und hat mit der Zeit eine Gesamtfläche von 17.000 Quadratmetern erreicht. Ein Onkologiezentrum, in dem die Strahlentherapie, also Radiotherapie angewandt wird, Angiom- und Bypass-OPs sowie sämtliche Herz- und Gefäßchirurgie und Kardiologieabteilungen, Endoskopieeinheiten, medizinische Ästhetik und Schönheitseinheit, zukunftsorientierte, hochentwickelte Monitoringzentren und Labore, Pflegeeinheiten der Chirurgie, Koronare, KHK und für neugeborene Intensivstationen und eine Kapazität von 51 Betten, Notfallstationen, voll ausgestattete Krankenwagen, mehr als 30 voll ausgestattete Klinikzimmer, eine Kapazität von 135 Betten, sechs hochtechnik ausgestattete Operationssäle, die manchmal ins Leben zurückrufen, meistens Gesundheit verleihen und manchmal die reduzierte Lebensqualität steigern, der dritte Planet des Sonnensystems, die Welt ist der erste Ort, in dem die Neugeborenen ihren ersten Atem im dritten Operationssaal nehmen. Das Auracia Hospital dient in 26 Branchen mit mehr als 50 Fachärzten und einem patientenorientierten Personal von 350 Mitarbeitern rund um die Uhr. Innerhalb der Klinik befindet sich eine Haartransplantationseinheit, die monatlich zahlreichen Personen hilft, sich ihrem Glück zu nähern. Jede Geburt bringt Freude, Glück, Fröhlichkeit und Hoffnung. Sie sind es, die die Zukunft schöner gestalten. Der Dialog mit den Babys beginnt bei Auracia Hospital bereits in der Gebärmutter. Mit einer nahen und intensiven Beobachtung werden die Familien auf das glückliche Finale vorbereitet. Jede Phase der bezaubernden Reise in der Gebärmutter wird verfolgt und unterstützt. Nach der Geburt wird für eine gesunde Entwicklung und einem gesunden Wachstum des Babys das Auracia Hospital eine Unterstützung leisten und auf das Leben vorbereiten. Das Auracia Hospital befindet sich im Herzen von Istanbul, zehn Minuten vom Flughafen Atatürk entfernt, auf der U-Bahn-Verbindung Marmaray und der Straßenbahnlinie und ist nur einen Anruf von ihnen entfernt. Diese Telefonnummer kann eines Tages helfen, Leben zu retten. 0212 665 5050